Willkommen bei X-Faktor. Willkommen in der Welt des Unwahrscheinlichen. An dem Ort, wo die Grenze zur Fiktion und Realität verschwimmen. Sehen Sie sich zum Beispiel dieses Schild an. Normalerweise erkennen wir darauf ein Wort. Engel. Aber wenn wir genau hinschauen, steht da gar nicht Engel. Dann ist da was anderes. Dann sehen wir auf einmal das Wort. Koksnutte. Und genauso ist es auch mit der Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählen werde. Zugegeben, sie ist unwahrscheinlich, aber nicht vielleicht doch möglich. Urteilen Sie selbst. Wahr oder falsch? Ich kann das einfach nicht glauben. Warum? Warum? Warum hat sie das getan? Ich verstehe das nicht. Warum hat sie das getan? Sind Sie nicht ganz sicher? Sind Sie sich ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Die Teamperson befindet sich nicht mehr in Germany. Dann habe ich sie verloren. Ich werde sie nie wiedersehen. Nicht verzweifeln. Ich glaube, es gibt andere wie Sie. Nein, es gibt keine andere. Sie war überhassigartig. Zugegeben, der Fall war mir ganz schön an die Nieren gegangen. Es ist nun mal nicht einfach, wenn man sieht, wie ein Mann so zerstört wird. Und das auch noch während der Weihnachtszeit. Ich hatte sie aufgespürt auf einer kleinen Karibikinsel. Und ich sah, dass es ihr gut ging. Das war alles andere als ein leichter Fall. Schockierend, nicht wahr? Aber ob diese Geschichte wirklich stimmt, das müssen sie selber wissen. Gute Nacht. Schockierend, nicht wahr? Schockierend, nicht wahr? Schockierend, nicht wahr? Schockierend, nicht wahr?